servus leute und willkommen zurück hier auf dem kanal für maximilian und heute machen was richtig cooles und zwar steht jetzt die sommerzeit an das heißt viele leute von euch werden wahrscheinlich das ein oder andere mal vielleicht auch grillen an der stelle schon mal und da machen wir heute eine super beilage nämlich einen nudelsalat das war doch die super einleitung wir kommen gerade vom radeln und haben uns spontan eben entschieden zu grillen und deswegen mache ich jetzt einfach mal die nudelsalat den wir öfter mal als beilage dazu machen und zeigt euch wie das geht der salat ist ganz gut als resteverwertung sozusagen also ich nehme jetzt einfach alles aus dem kühlschrank was wir haben und schnippel das zusammen und jetzt schauen wir mal was alles reinkommt was man auch noch erwähnen kann ist dass man den salat sehr gut im vorfeld vorbereiten kann also schon ein paar stunden bevor er dann eigentlich verzehrt werden sollte das heißt es auch ein gutes mitbringsel wenn man irgendwo zum grillen eingeladen ist hält sie auch im kühlschrank ganz gut hier ist jetzt mal aufgereiht was wir alles für den salat brauchen ich habe nudeln vorgekocht das sind 250 gramm fossili zum abschmecken salz pfeffer zucker später kommt auch ein feta käse dann für das dressing wird vermischt ein halbes glas hier waren jetzt 165 gramm insgesamt drin der laufpesto habe ich jetzt hier genommen dann haben wir hier eine mayonaise mit no name sagen wir es mal so balance also ein bisschen fett reduziert haben wir jetzt hier dann außerdem getrocknete tomaten haben wir jetzt hier noch ein paar übrig oliven und frische tomaten kommen auch noch ein das ist eigentlich alles was man dafür braucht also gar nicht viele zutaten eigentlich die man jetzt für den salat braucht ich fange jetzt an mit den bärlauchpesto zu den nudeln was ist sind das jetzt für getreideart nudeln sind die glöckige gemachst du bist ein ganz toll hinein ja wohl das kleines habe ich jetzt einigermaßen leer oder was sagt der experte ja das sieht gut aus dann kommt jetzt die mayonaise einen guten esslöffel eine kleine prise zucker mache ich noch ein etwas größere prise es kann jetzt hier natürlich schwer abschätzen ich habe zwei sekunden auf das gerät gedrückt salz mache ich erstmal nicht rein weil das pesto ja schon selber gewürzt ist das heißt salz nehme ich später nur zum abschmecken dann die nudeln als nächstes mal rein dein beitrag heute zu diesem nudelsalat ist dass du die nudeln aufisst ja das wird jetzt verrührt wir haben immer noch kein salatbesteck so ist das hier gut verweckt überall das pesto dann können wir jetzt mit den anderen zutaten weitermachen was so reingeschnippelt wird zum einen tomaten das sind jetzt hier 100 was sagst du gerne es hat gewonnen minus drei minus zwei ich sagte sind 150 was hast du gesagt 185 125 woche 26 also ich war näher dran aber die strünke kommen noch weg die kann man auch gleich wiegen wie viel ein strung die strünke viele haben gesträngt die sind schon gewaschen jetzt schau der wiegt auch schon ein tomatoes werden geschnitten ich weiß die jetzt noch genau ich mit der hand ja mit der hand wie ich viertel die so bei kleinen tomaten schneide ich jetzt auch nicht den strung kommt ich habe mir erst geschnitten wenn jemand im dunkeln schneidet dann kann das so sieht also die halbe ich jetzt der nudelsalat aktuell aus also ich muss sagen das gefällt mir schon sehr gut der wird wahrscheinlich die oliven da sind noch ein paar drin nehmen wir alle die werden auch geführt hat mich jetzt dazu entschieden sie doch nicht zu vierteln für max ist es zu wenig deswegen schneide ich jetzt kleiner dann sieht es mir aus das ist dann brauchen wir brauchen ein c war max hat heute eine ganze rolle c war verbraucht und sie nicht aufgefüllt verlangst du jetzt von mir dass ich das team holt ja ich brauche ein thema und dreh dich umlauf zum schrank greif rein jetzt habe ich hier mein c war gewohnt selbst ist die frau so jetzt erzähl mal wie geht es jetzt weiter wird es nicht weiter geht das ist ja wie eine geschichte jetzt kommen hier tomaten drauf eingelegte auch wieder sechs stück also sechs oliven alles sechs tomatoes ich übersetze das ganze für die englischen zuschauer die werden jetzt ein bisschen abgetupft hier von dem öl die sind natürlich dadurch dass sie eingelegt sind im öl sehr völlig stehe auch blatt nein das ist ein nebeneffekt aber die sind schon recht blatt dann werden die auch klein geschnitten wie klein auf einer skala von 1 bis 10 wenn sie in das kleinste ist wie klein ist das kleinste sie sollen wir messen ist mal small pieces wo der englische die tomaten die getrockneten in öl eingelegten geben dem salat auch einen richtigen pfiff sozusagen also ich habe eigentlich immer ein glas im kühlschrank oder im vorratsschrank und macht das ganz gerne einfach überall mit rein so die grund immer mit deinem pussel weg das war der löffel jetzt mal abschmecken natürlich ob salz fehlt je nach pesto ist das natürlich ein bisschen also wie viel salz wasch da jetzt noch drüber das war jetzt eine eine prise eine große eine prise ein viertel teelöffel würde ich sagen bei uns teelöffel sind eben ein bisschen anders als andere also eine eierlöffel prise es war eine halbe eierlöffel ein halber espressolöffel vielleicht das ganze vermengt genau und jetzt haben wir noch ein paar optionale zutaten die das ganze noch ein bisschen pep geben aber so wäre im prinzip schon fertig der salat ist es für den perfekten pfiff und dann kommt in den salat noch ein bisschen rucola das ist so eine kleine handvoll und hier noch 1 2 3 4 5 6 6 wir haben es heute mit der zahl 6 glaube ich das war jetzt unabsichtlich 6 blätter basilikum also das sind jetzt noch mal ja das gibt dem ganzen jetzt noch mal so ein bisschen gibt den ganzen dann quasi normal so den ganzen okay so den rucola nur ganz grob schneiden den basilikum schneide ich immer gern ein bisschen feiner ein bisschen filigraner fülle da ein bisschen holz vom brett kommt auch mit dazu jetzt probieren wir haben dann doch glatt was vergessen vergessen ja ich habe mir jetzt hier drüber gebröselt ein halber fetter der wird einfach mit der hand ein bisschen zerbröselt und drüber und genau man sieht es so aus ja das ist einmal komplett oben drüber noch rumrühren dann und dann fertig und dann kann man essen und dann dann schaut so aus und dann dann sagt man noch mal adios amikos und lasst es euch schmecken und dann dann nehme ich die kamera weg so der salat ist fertig wir werden jetzt gleich loslegen mit dem grill wenn euch das video gefallen hat gibt es gerne daumen nach oben wenn ihr noch mehr grill tipps möchte bzw was wir so grillen wir machen ja meistens vegetarisch der max haut sich ab und zu mal ein stück fleisch auf dem grill aber ich bleibe dann doch eher bei der veggie variante ansonsten wünschen wir euch viel spaß beim nachmachen genau und bis zum nächsten video moment kurz ja ich muss mich sammeln ok 3 zu 1 muss ich jetzt ja schau mich mal an und jetzt ne ist gut mach nochmal an ja lass mal an mach es einfach mal an ja was soll ich denn sagen abstellen take 100 die 5000 hier ist jetzt mal aufgebahrt was wir alles für die aufbahrung der zutaten und ist halt aufgestellte noch mal also transitbar servus leute und bekommen ok gut also dann schon mal jetzt was reinkommt in den salat das ist die schüssel nein du darfst nicht essen ich darf doch nur das glaube ich dir nicht guck mal aggressiv ja ich denke jetzt mein kopf daran weg das auge hier ist wie ein spiegel ich kann jetzt wieder spielen ok wir haben den filter vergessen menschen menschen genau da bist du wieder was hast du da in der hose salat ich habe gerne ein glas mit dem kühlschrank nein noch mal den ganzen satz willst du mich nicht beim schneiden beobachten abschminken um salz fehlt wenn ihr auch mehr von diesen klassisch geilen videos sehen wollt dann klick gerne hier auf den abonnieren button wow